Dieser verdammte Nebel, man sieht kaum etwas. Vorsicht! Ja, zwei Schritte vor dir, da liegt die Tasche, ich kann sie sehen. Mehr rechts, mehr nach Herz, haben gesagt. Pass auf, deine Träume sind aufgesagt. Jetzt nimm doch endlich die verdammte Satteltasche. Vorsicht! Ja, das war ich, naja, sehr gut, und jetzt kann ich mal los, bitte, zieh ich. Schnelle dich, naja. Zieh das jetzt, naja, wir haben's geschafft, meine Jungen. Ja, das hast du gut gemacht, Heide. Das war wahrscheinlich das einzig Sinnvolle in deinem Leben, was du je verbracht hast. Darauf kannst du stolz sein. Wenn mein Volk euren Tod feiert, dann werde ich stolz sein. Das ist ja nicht der Lebensraum. Wir müssen weiter die Krüger unserer Spur auf. Wir reiten zum Einfluss. Und du, wirst du uns dabei helfen, es sich jetzt verreichen. Los für uns. Los für uns. Die Krüger unserer Spur auf. Applaus 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 Egal, eines Tages werde ich euch den Kopf abschneiden und sie wiederholen und jetzt bleibt, wo ihr sagt. Ihr müsst vorsichtig sein, der Schöger hat über uns wieder mit angebracht. Ihr habt die Kinder entdeckt. Sehr richtig. Und ich werde nicht zögern, es hochgehen zu lassen, wenn er nicht auf der Stelle verschwindet. Los, Junge, lebt dies froh. Nein! Es war Polatschenskirchen. Ihr habt auf eure weitere Doktor geschossen. Bastard! Dieses Mal, wir kriegen die Kinder nicht verschworen. Kommt! Ihr fängte Schäden! Was? 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 Wer? Man. Ja! Was? 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 Dasidence. Hm? Was? Wie? Applaus 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 Was wirst du? Wirstellen uns jetzt zum Nacken socks Ich bin bei dir. Darf ich mich messen. Darf ich jetzt weg. Ich bin bei dir. Alles ist gut. Ich habe keine Sorge, meine Freunde. Sie sterben. Ich bin bei dir. 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 Lass doch die Fälligsten aus! Was meint ihr denn? Wer dieser Sohn einer Brunnenstamme will mich wieder einmal um einen wohlverdienten Ur-Opfer-Inge-Benditieren. Wohlverdient? Nichts habt ihr euch verdient. So, die ich mit euch recht werde ich mit dir. Jetzt liegt ihr so wie während des ganzen Kampfes am Boden. Kampf, Ruhmverdient, irgendwie kann ich da noch nicht ganz folgen. Vielleicht könnte nicht jemand aufgehen. Na, also eigentlich will ich unter den Schuhe haben... Nicht meiner Hilfe, unsere Hilfe. Auch immer, also ich, äh... Wir, wir haben Willi, der Ur-Opfer-Inge-Benditieren im Kampf gegen Blekeis unterstützt. Und wir? Eigentlich ich. Genau, ich bin seit Willi, der hat. Also Willi, du hast das gestohlen in die Welt vom Blekeis zurückgeholt und nicht beauftragt. Uns, damit wir auftragen. Uns, damit wir auftragen, euch das Geld. Äh, ihr wollt sagen, ihr habt uns das Geld? Ja, das war so, wie ich noch die ganze Zeit natürlich ehren. Aber man lässt mich ja nicht ausreden, wenn ich mich hierher. Das ist mir nicht zu glauben. Kommt alle her, die beiden Westen, wir haben uns das Spazio zurückgebracht. Ich weiß gar nicht, wie wir gleich danken können. Eigentlich müsst ihr mir nicht die Mund und Schuhe danken. So ganz unbüterlich war gar nicht... Das sind wir. Wir hat jemand schon dabei. Ja, wir hat uns Geld. Ja, ja, schon gut, Dichterrede. Wer hat so etwas machen wir beide? Das ist eine Kleinigkeit. Warum steht denn der Wandel hier? Wird irgendjemand verreisen? Aha, die Mädchen verlassen uns wieder. Sie haben ein Gericht abbekommen. Sie werden in einer anderen Stadt drinnen gewinnen, dichter. Wenn man nur aus Gold gefunden hat. Und diese Stadt hat sich von Glücklich darüber schwebt. Gold? Gold? Wo genau hat man Gold gefunden? Irgendwo in Katifornien, aber aus diesem Land wird das nie passieren. Scherde, flinch. Meine Ehre, ihr Swissmann, lässt es nicht zu, dass ich... Wir? Dass wir die Damen allein und schutzlos durch feindliches Gebiet reißen lassen. Doch, das erscheint mir geradezu als unsere Pflicht, die Damen sicher nach Katifornien zu bringen. Absolut richtig. Nun, ich schätze, die Lebenswerden nichts dagegen einzureden haben. Sieht fast so aus, als würde uns Bruder Tippe begleiten wollen. Was sagt man geradezu? Unser Bruder Tippe ist der nach dem Bruder hier. Ja? Sieht nichts aus, als ob der Tippe gefallen würde. Ja, da nichts will los. Aus nach Kalifornien. So, hey Kutcher, aufwachen. Es geht los. Auf Wannschau, du meinst, was guter Beug auf? Ja, das passiert schon nicht. Ich war nicht mit in Führung. Nicht schon wieder. Den Teufel werdet ihr. Ich kann nicht mehr. Für eure Gästentasche, ich weiß. Ich war niemals klein. Ich war schon einmal in der Hand worden. Aber er hat eine weise der Gegend. Und wie heißt diese Gegend? Habt doch keine Ahnung. Aber wenn ich wieder hinfahre, werde ich sie. Hollywood-Level. Damit hat sich doch kein Mensch werfen. So was kann an euch entfallen. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass sich im eigenen Hollywood auch nur ein Mensch verdient. Welche bestes Geschichte für sie wird. Ich kann es nur sehen. Liebe, ihr habt ihr das gewaltt. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.